Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video Sam's Laugenstang ist rausgefallen. Das hat alles voller Hochseln. Ja, voll Salz. Leck auf. Ich muss mal wieder fahren. Ich werde immer zum Fahren genötigt. Egal, die Leute schreiben schon unter mein Video, hast du überhaupt nen Führerschein. Dabei habe ich sogar länger nen Führerschein, weil die Bianca richtig hart durch ihre Prüfung gerattert ist. Das hättest du jetzt echt nicht nochmal erwähnt. Ich habe auch einen, aber ich sitze immer hinten. Auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg zum Moviepark, denn dort bin ich von Sky Ticket eingeladen worden. Der Anlass dafür ist der neue Staffelstart von The Walking Dead. Wir gehen jetzt in ein Areal von The Walking Dead und das soll wohl ziemlich gruselig da drin sein. Dann dachte ich mir, nehme ich mir mal die liebe Bianca mit. Ich meine, die ist immer dabei, aber die huselt sich jetzt wahrscheinlich gleich komplett einen weg. Das ist der einzige, also nein Sam, wir haben dich auch so lieb. Aber das ist eigentlich der Grund, warum wir den Sam mitgenommen haben. Boah, ich glaube, ich verstände mich gleich bei hinterm Sam. Nein, ich weiß nicht, ob ich da gleich noch reingehe, ich habe so Angst. Ey, das Ding ist, wir wissen selber noch nicht 100 Prozent. Klar, wir waren noch nie da drin, darum wissen wir nicht, wie es da aussieht. Ich habe nur Bilder gesehen. Auf jeden Fall wird es da richtig gruselig. Wir waren einmal in so einem Gruselkabinett in, äh, weiß ich nicht, wo das war, Berlin oder so. Da hat die Bianca sich so kurz reingetraut, es hat so wenige Sekunden gedauert, aber die zerricht da heute komplett. Ja, hallo, du läufst da einfach durch, das wird jetzt genauso sein und überall sind diese gruselige Gestalten, die dich verfolgen und festhalten. Ach so, noch was und das wirkt extra nur für uns heute, damit wir da unsere Ruhe haben, komplett abgesperrt. Das heißt, alle sind auf uns fokussiert, beziehungsweise auf dich, weil du so eine auffällige, du hast voll das Auffällige an. Ja, dann sehe ich dir. Wahrscheinlich ist da dunkel und ich habe schwarze Sachen an und alle stürzen sich auf dich. Okay, Leute, die sind jetzt gleich da angekommen praktisch. Was haben wir denn für Riesenbälle gewonnen? Oh, ich finde auch so einen Riesenball. Du hast aber jetzt keinen Ball, wenn du willst dich jetzt erstmal weggruseln. Guck mal, du könntest doch mal allein da reingehören und ich bleibe hier bei einem pinken Einhorn, Teddies. Du kriegst von mir ein pinkes Einhorn, wenn du mit mir kommst. Nö. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Sam hat sein Glibberband mitgenommen. Wenn du jetzt noch anfängst. Um die bösen Leute wegzustecken. Ich kriege so Angst. Du bist ein richtiger Schisser, ey. Hallo? Hast du nicht gerade noch gesagt, du würdest nicht alleine da durchlaufen? Boah, scheiße, die Bibi kotet sich gleich an. Natürlich hat er gerade noch gesagt. Du hast halt rot in der Hose. Ja, dann ist es halt so. Hallo? Okay. Wieso muss ich vorgehen? Hallo? Hallo? Jetzt kommt. Ich möchte da aber nicht rein. Hier vorne hinstellen und kommt jetzt erstmal ein Sicherheitshinweis auf. Achso. Sicherheitshinweise. Ich will nicht da rechts sein. Da steht doch jemand. nicht mehr... Ich will doch nicht mehr... Ah! 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 Bibi, komm wieder! Die Nagel ist abgebrochen! Nimm bitte den Finger, mein Nagel! Komm, komm, wir gehen... Warte, komm, wir gehen alle so... Die kommen jetzt eher aus so einer Tür raus. Können wir einfach durchrennen? Ja, da kommt schon wieder eine dahinten. Ey, bevor da hinten einer kommt... Ah, Professor! Schnell, warte, warte! Ahhhh! Ihhh, da liegt jemand! Ahhhh! Jetzt ist es dunkel Sam! Ahhhh! Ahhhh! Da kommt jetzt jemand aus der Tür! Ahhhh! 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 Das ist die alte von eben! Ahhhh! Ahhhh! Bibi, warte doch! Schleller, Juli! Schleller! Bibi, ich pass auf dich auf! Auf die abrir, glись auf du Geld! Oh, wieữ! Mal gucken! Da war nicht zu Hause! Oh, die ver kills! Wir haben alles gut! Jaaa! Komm ich raus! Ahhhh! Ahhhh! Scheiße! Ich muss jetzt ziehen fast alles. Check! Ja, geht eingecheckt! Siehst du es? Ich will nicht kommen! Bibi, alles gut! Wir können immer gehen schneller hier raus! Pfeffervoll! Können wir jetzt weitergehen? Wie hältst du es nicht mehr aus? Ich muss hier raus! Jetzt... Wir müssen langsam an dem vorbei! Ich will hier echt raus! Längst, ich habe ihr Internet empfangen! Mann, ich will hier raus! Geh doch jetzt! Geh doch vor, Sam! Geh vorbei! Geh vorbei! Du sollst mich verfolgen! Doch, wir müssen einmal ein cooles Bild mit dir machen! Guck mal! Du bist jetzt auf dem Anzeigebild, lieber Zombie! So ein Scheiß! Okay, können wir schneller gehen? Wir sind besser so langsam! Ich will ja... Ich will ja... Ich muss das nicht sehen! Ja, die sitzt doch! Die kommt doch! Ah! 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 Guck mal, da steht auch einer! Ja! Sam, wir haben es fast geschafft! Nein, warte, warte Bibi! Warte, 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 warte! Bibi, alles gut? Alter! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Nee, man! Boah, vor dem letzten hatte ich richtig Angst mit der Motorsäge! Der mit der Motorsäge, ne? Hat sich gar nicht, er ist nur rausgerannt! Ja! Stolz auf dich! Bibi, check! Ich habe mit dem einen Zombie eingecheckt! Hast du das gesehen? Ja! Das sind Zombies, mit denen kannst du doch nicht! Thumbnail! Ich hab den einen gefragt, ob er mein Thumbnail will! Boah, Mann, der Puls ist durchgehend hoch, weil du nicht weißt, wo die stehen, ne? Guck mal, die Bibi! Ist meine Wimper jetzt abgegabt? Nee, du hast voll geheult! Ist meine Wimper ab? Okay, ich merke mich später, Leute, ich kann nicht mehr! Guck Bibi, jetzt kriegst du ein Geschenk! Guck Bibi, jetzt kriegst du ein Geschenk! Können wir mal ein Foto machen? Ja, klar! Der, der beruhigt sich jetzt! Ich will ein Foto mit Julian besuchen! Ist das ein Zieg oder ein Schaf? Das ist eine Ziele! Bibi will den Affen haben! Dann musst du hier diese bollene Flasche deiner bitte treffen! Ach, du ist nicht dein Ernst! Oh, Scheiß! Und dann streng dich an! Bibi? Ich hab gehört, diese Bälle da! Meint das kleine Mädchen, die werden übertrieben einfach zu gewinnen! Die hatten alle so einen Riesenball! Ich will auch so! Okay, wollen wir mal sehen! Ah, okay, aber das geht mit dem Geld! Okay! Zäpfelst du? Okay, wir brauchen ja nur einen! Scheiße! Okay, komm, wir haben noch einen! Mach ganz klar! Mach ganz klar! Oh, oh! Oh! Und wenn der sagt! Welchen wollt ihr haben? Ich will so einen pinken haben, so einen rosanen! So einen rosanen! Bitte schön! Danke schön! Ne, der heißt Erwin! Guck mal an, der sieht aus wie ein Erwin! Danke schön! Bibi, Bibi, noch ein Geschenk für dich! Danke schön! Das ist ja voll lieb von euch! Ich! Ich will es ausfallen! Okay, komm! Hammeraufnahme! Hier sehen sie wie eine Bianca einen Erdbeerkupen verspeist! Ich bin so traurig, dass mein Finger abgebrochen ist! Mein Nagel! Ich habe die gerade neu machen lassen! Hat der Zombie den abgebrochen? Ich habe mich so doll erschrocken, dass ich damit gegen die Wand gehe! Nein! So Leute, wir sitzen jetzt hier in so einem Café und haben uns wieder ein bisschen beruhigt! Ich habe gerade schon erwähnt, wie wir ihren Fingernagel abgebrochen! Den Mittelfinger natürlich! Weil sie es so sehr von diesem Zombie erschrocken hat! Das war so schlimm! Ja! Auf jeden Fall noch mal vielen Dank an Sky Ticket, dass sie es möglich gemacht haben, dass die Halle wirklich nur für uns abgesperrt wurde! War natürlich dann doppelt so krass, dass alle nur auf uns interessiert waren! Boah, das war so schlimm! Die haben sogar vorher gefragt, ob sie uns anfassen dürfen! Nein! Sam übrigens sein Ohr ist die ganze Zeit mitten in der Aufnahme! Ihhh! Und der Staffelstart beginnt am 23.10. auf Sky Tickets! Genau! Link und alle Informationen dazu noch mal in der Infobox! Klickt einfach drauf! Und am Ende des Videos zeigt er euch das Ganze auch! Genau! Am Ende des Videos werde ich noch mal drauf eingehen! Und euch das auch noch mal zeigen, wie das funktioniert! Ich muss sagen, der Sam hat sich auch ordentlich eingepinkelt! Du bist ja echt immer so, ich geh vor, ich geh doch nicht vor, ich geh vor! Ja, ich dachte ich bin ein bisschen cooler, aber ich hab auch Angst gehabt! Greif mal nach dem Donut! Nein! Okay Leute, da ist ein Donut-Stand und die Bibi liebt Donuts und das hier ist ein Spitzen-Basketballer! Ich bin ein Pinke! Okay, mal wer ist denn? Ja, bitte! Oh! 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 Nicht so schlimm! Genau! Nicht mit meinem Rennen! Ja! 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 Danke schön! Ah! 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 Ich hab auch ein Geschlecht bekommen! Hast du auch eins bekommen? Ein Jörg! Oh! Dankeschön! Juli? Ja! Ja! Let's go! Scheiße! Nein! Scheiße! 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 Komm! Ah! Du warstatt gewonnen! Mann, er ist kaputt! Du warstatt gewonnen! Ah! Ich bin wieder letzt! Ja! Ich hab gewonnen! Und ich hab's weiter, glaube ich! Ich hab wieder letzt! Wir haben übrigens den Ball, es tut mir wirklich leid, aber ihr kennt ja meinen Sauberkeits-Tick. Der hat ganz dolle gefusselt! Diese ganzen Fussel waren irgendwie nur draufgeklebt, hab ich irgendwie das Gefühl! Der ganze Boden hier war voll! Wir sind wieder zuhause angekommen, wie man unschmer erkennen konnte, die Kerze ist dummerweise gerade leider umgefallen. Es gab leider noch ein paar Komplikationen mit unserem Autocam, denn da musste noch der ADAC kommen, aber alles läuft wieder wie geschmiert, würde ich behaupten. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf dich, Bianca! Dankeschön! Du hast das für einen absoluten Hosenscheißer gut gemeistert! Naja! Auf jeden Fall wollte ich euch noch was zu Sky-Ticket erzählen. Und zwar ist ab dem 23.10. die neue The Walking Dead Staffel auf Sky-Ticket Entertainment verfügbar. Und es gibt ja schon sieben Staffeln, die könnt ihr alle dort auch anschauen. Und zwar kann man das für 1€ monatlich buchen und ihr könnt es auch jederzeit wieder kündigen. Also sehr einfach! Sehr einfach und unkompliziert! Und cool zum Ausprobieren! Unkompliziert! Findest du das auch unkompliziert? Sehr unkompliziert! Und da gibt es auch richtig coole andere Serien. Zeig das doch mal kurz auf dem Handy, damit die Leute sich das auch kommen. Ich nehme die Kamera ab. Ich zeig's! Moment! So, jetzt sieht man es, glaube ich, besser, würde ich sagen. Ich bin jetzt hier auf die Website gegangen. Der Link dazu steht in der Infobox. Klickt einfach mal drauf. Und dann kommt ihr hier auf diese Seite und seht ja unter anderem, welche Serien verfügbar sind auf Sky-Ticket. Und das sind echt sehr viele, sehr coole Serien. Und checkt die Seite unbedingt mal aus. Link, wie gesagt, in der Infobox. War ein geiler Effekt, oder? Was hast du denn gemacht? Hast du nicht mitbekommen? Nein. Dann schau dir doch einfach mein Video an. Okay. Ich würde sagen, es ist ein langer, wunderbarer, cooler Tag gewesen. Der jetzt auch sich leider dem Ende nähert. Willst du mich eigentlich verarschen, was ist denn hier passiert? So, wir drei werden uns jetzt verabschieden. Ich mag mein anderes riesen Einhorn-Flausch-Ding auch. Ja, okay, Bianca. Dann erzähl das und viele weitere Geschichten noch einfach demnächst dein Friseur. Aber und ich möchte mich jetzt bei euch verabschieden. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht bei euch optimal zu unterhalten. Hoffe ich. Kann man auch gerne einen Daumen hoch geben. Wie gesagt, alle Infos in der Infobox. Da findet ihr auch Bibis neues Video. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüssii! ARD Text im Auftrag von Funk